Zum 15. Jubiläum der Uwe Jens Lawnsen Apotheke lud René Dörr in Keitum am 7. Juni zum Open-Air-Konzert ein. Zu Songs vom Hamburger Dirk Darmstädter, unterstützt von Lars Plocksties, ließ sich bei einem kalten Getränk in gemütlicher Atmosphäre der Abend verbringen. Ich freue mich ganz besonders, ich habe ihn angerufen, er hat direkt und spontan gesagt, er kommt. Und wir freuen uns heute Abend auf Dirk Darmstädter aus Hamburg, der heute zum ersten Mal die neuen Stücke von seinem neuen Album zum Teil zumindest spielen wird. Herzlich Willkommen, Dirk. 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 Dirk.